Ich muss die Aufnahme abbrechen. Hey Leute und willkommen zu einer Runde Mario Party. Heute spielen wir mit dem Werten Max. Ne 2. Ne 3. Max. Ja. Geht nicht. Immerhin begrüßt er jetzt nämlich nicht. Ähm, ja, äh, wir spielen Mario Party auf dem Sighthockchen. Scharaa, und wir schauen mal gleich, dass wir... Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Wie viele Mario und Luigi sind alle, wenn du jetzt abdrückst? Ja, das ist echt krass. Also Mario und Luigi ist echt viel. Oh, na super. Nice. Warst du nicht? Also, wir spielen noch in der Jump League, Leute. Ich glaube, ich habe mich vertan. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Server. Entschuldige Leute, ich muss die Aufnahme abbrechen. Servus, Leute. Und jetzt diesen Piep-Bildschirm. Das ist einfach der Trage schon. Lauf, Hosen. So viele sind in mir. Das ist so scheiße, wenn Leute in dir drin sind. Ach, du bist auch noch da vorne. Folge ihm. Folge. Hey, hier geht's nicht durch. Wo soll man hier lang? Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Nein. Ich bin so gut wie tot. Ja, ich auch. Ich lebe aber noch. Ich lebe. Hellel, wo musste man da lang? Man musste... Da waren überall Barrieren. Da waren überall Barrieren. Ich hoffe, ich finde diesen Piep-Bildschirm mit diesem verschwommenen... Also mit diesem Schnee, sag ich jetzt mal. Wie nennt ihr das, wenn da dieses grau-weiß-schwarz auf dem Bildschirm ist? Schnee, oder? Ja. Ich hab ne 3. Stell dir vor, ich hoffe, ich finde diesen Schnee-Bildschirm... Diese Schnee-Bildschirm-Animation und den Piepton. Dann kann ich richtig schön... Ich glaube, ich muss diese Folge beenden. Tschüss. Piep. Ja, das ist schuldig. Das hat schon mal... Ich hab gar nicht realisiert, dass ich 2. Da bin. Doch, du bist als erster direkt hinter mir gestorben. Ja. Boah, ich bin ganz knapp an dir vorbeigekommen. Vor allem der Drache hat hinter mir schon Blöcke zerstört. Ich bin schon einen runtergebackt deswegen. Und bin trotzdem noch durchgekommen. Was? Helpen wir uns? Ja, würde ich schon sagen jetzt. Okay. No Cheat, Leute, no Cheat. Das ist einfach nur Friendship. Äh, was ist selten da? Steine, Diamanten, Kürbisse, Kürbisse. Kürbisse, Kürbisse, da sind sie. Hä, ich wurde zurückgebacken. Nee. Hast du es trotzdem geschafft? Ja. Ja, also in der Zeit bin ich schon noch hingekommen. Als ob das welche nicht gewusst haben. Okay, geht. Vor allem, das ist doch so richtig obvious, dass das nicht Diamanten sind. Was ist ein Widerskelett-Tropfen? Äh, Steinschwert. Ich muss ja mal gucken, wo die Antworten sind, Alter. Steht im Übrigen auch im Chat zur Not. Ja. Die Antworten, dann lässt sich sie mir mehr als erstes. Wie oft kann man von einem Mannschaft guten Essen? Äh, 7, 7, 7. Äh, der ist 1 Pixel kleiner auf jeder Seite wie ein ganzer Block. Also 14 insgesamt. Und dann ist 1 Essen immer 2 Pixel. Stimmt. Das habe ich mir gerade ausgerechnet. Aus welchem Film stammt die Idee von einem... Äh, das Schloss im Himmel. Hä? Das Schloss im Himmel. Nee. Das wusste ich nicht. Das ist einer von den Ghibli-Filmen. Kennst du den? Ja. Kennst du gar nicht. Gar keinen davon. Äh, 1492. 1492 ist sicher. Ja, Safe Call. So was weiß ich einfach überhaupt nicht. Ich bin übrigens das Geschichte-Ass. Okay. Dann, das merke ich mir. Boah, wie laut der Minecraft-Zau doch ist. Wie heißt der Olaf von Cytox? Cytox. Fuck, ich komme nicht mehr hin. Ich auch nicht. Geil. Und es wäre richtig gewesen. Ja, egal. Oh, nee. Ey, wir sind trotzdem die Ersten. Haha. Ja. Ich bin Dritter. Hahaha. Wie wurden... Das ist dein Zufallsprinzip, gell? Ja. Geh, geh. Fiu, ey. Ganz ehrlich. Knappe Sache. Ja, ne 4. Ich musste jetzt gerade zweimal drücken, damit dieser Scheiß-Würfel anhält. Beim ersten hätte ich ne 5 gehabt. Und ne 2. Eben hab ich 2 5 gewürfelt, jetzt hab ich 2 4 gewürfelt. Du bist 7. Ja, fuck, du bist 1 Felder. Okay. Ich bin nicht 1 Feld weiter als du. Na doch, 1 Würfel mehr hat's jetzt geschafft. Du bist auf Feld 22 und ich bin 3 auf Feld 18. Du bist 4 Felder vor mir. Und jetzt wird gespielt. Ich bin auf Feld 20 nur noch. Ich hab ein Bowser-Feld erwischt. PvP. Ich hab ein Bowser-Feld erwischt. Max. Oh no. Ein Bowser-Feld. 2 Felder zurück. Hätte ich ein Bonus-Feld gekriegt, das wäre so Premium gewesen. Hier sind so viele bei mir. Und da bist du. Könntet ihr mal bitte weggehen von mir? Hab einen getötet. Hallo Max. Alles ob. Da hat schon wer Bogen. Jetzt hat der Werner-Holz. Der hat gewonnen. Alles ob. Der hatte instans 6 Leute bei sich, sag ich. Und hat einen mit Bogen abgestauft. Davon gibt's noch mehr. Nee, der hat mich mit Bogen getötet. Der hat mich mit Bogen getötet. Und dann eine 1, Alter. Ich musste 3 mehr klicken und hab trotzdem eine 6 gekriegt. Boom. Er hat Hacks, hat er geschrieben, alles klar. Also können wir die PvP-Spiele schon mal abhaken. Ähm. Du weißt du was, dann können wir auch, ähm, freier Fall, Replika und sowas können wir im Grunde genommen auch abhaken, wenn er Speedhacks hat. Ja, Replika ist eh scheiße. Replika ist geil, sag nix. Hast du Replika? Du bist Feld 19, ich bin Feld 26, der erste ist auch Feld 26. Freier Fall, wieso sag ich's denn noch? Das find ich so geil. Das find ich so geil. Boah, lass beide First Try alle 3 machen, okay? Easy. Ja, ich mach, ich mag die Waffe irgendwie. Ich hasse die manchmal, aber ich liebe die auch manchmal, wenn ich sie liebe, schaffe ich sie immer First Try. Boah, wie viele sind denn hier, bitte? Schaffe ich das safe? Schaffe ich das? Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich auch. Oh, das ist so ätzend. Dieses, dieser Jump Run ist so ätzend. Hab's geschafft. Waffe. Ich hab's nicht geschafft, aber ich weiß, wo ich lang muss. Nein, Max Weber, du schaffst es. Als ob. Der, der bleibt auf den Ebenen einfach stehen und ist trotzdem nicht tot. Max, verstehst du? Der ist auf den Ebenen stehen geblieben und trotzdem nicht tot. Das könnt ihr euch, ich, ich werde das in, ähm, Hacker gesehen. Recording. Okay. Äh, der kriegt richtig schön auf die Fresse, den werde ich recorden, äh, den werde ich reporten. Also... Hier ist einfach einer zu mir teleportet worden, okay. Dann hab ich erst nicht gesehen. Nee, äh, ganz ehrlich, auf sowas hab ich keinen Bock mehr. Auf solche Leute. Ganz ehrlich, das kann ich, das kann er sich abschminken. Ne 6 insgesamt. Ich hab insgesamt ne 9. Als ob, bei nem dritten Platz ist nur schwul, ne 6. Ich bin Feld... Ich bin Feld 35, brauche noch 17 Felder und der hinter mir ist 27! Was hat der denn gewürfelt? Ne 1! Der hinter mir hat direkt einfach ne eiskalten 1 gewürfelt. Nice! Mein Lieblingsspiel. Oh, äh, Leute, ich, Leute, ich glaube, wir spielen, ich glaube, wir spielen Jump League. Ich muss diese Folge wieder beenden. Das gibt's nicht. Tschüss! Ja, genau, als ob ich das mache, ey. Das wär... Yo! Yeah, alles klar. Alles klar! Okay. Als ob ich runterkontaktieren bin, weil ich schnell war. Und du rennst durch. Okay. Als ob! Ich hätte dich jetzt, wenn ich das schlagen könnte, runtergeschlagen, wenn's jetzt ne Adventure-Map gewesen wäre. Maul. Ich hätte dich runtergeschlagen. Halt jetzt, Maul. Ich bin schon mal hier runtergefallen. Oh, ich bin beim ersten Mal. Beim ersten Mal, als ich das gewonnen hätte, bin ich hier unten reingefallen. Ja, ich auch. Das ist doch sonst. Weil ich nicht damit gerechnet hab. Weil ich einfach vier Sekunden ist super, um zu gucken, dass da ein Loch ist. Ja. Oh, ich hab ne zwei gewonnen. Nice. Und noch eine. Ne scheiß zwei. Na super! Und ne sechs, ne acht. Ja, jetzt ist ne zehn. Wie viele Würfel, wie viele Felder brauchst du jetzt noch bis zum Ziel? Weiß man nicht. Ich hab den Kompass noch nicht. Und wie für welches Feld bist du? Steht ja rechts. Ich bin Feld 35. Ich bin Feld 43. Hallo? Ich werd nicht gefordert. Ich hab ein Bowserfeld! Nice. Ich bin Zweiter. Wie ist denn? Ist doch... Du bist einfach aufs Welt... Ich hab noch sieben Felder vor mir. Okay. Eben waren es acht noch. Das ist das Lackspiel des Todes. Eben waren es noch acht, Max. Max, Max. Damit es fair ist. Wir bleiben jetzt. Wir finden uns jetzt und bleiben einfach beieinander. Komm zu mir, Max. Hallo. Hier. Komm einfach hierher. Wir bleiben beieinander. Damit wir einfach dieselben Chancen haben, okay? Einfach damit wir dieselben Chancen haben, okay? Ich hab's einfach verpeilt, fast. Das ist so das Lackspiel. Alla! Alla! Ich probier den Vierer-Jump. Ich bin tot. Oh, Mann. Das ist jetzt echt traurig, Max. Ich glaub, es war doch ein Fünfer. Nein, es war ein Vierer. Okay, das ist dumm. Aber ich hab irgendwie noch die Blöcke im Inventar. Das finde ich cool. Weil eigentlich bin ich nicht tot, aber ich bin tot. Hey, Max Weber ist ausgeschieden. Ich dachte, das ist der Flyhacker. Ist der für Blöds im Hecken, oder was? Ja, ist er anscheinend. Achso, man kann ja fliegen. Boah, es geht grad echt so übelst. Stell weiter. Ich will einfach nur auf die Felder. Auf die richtigen... Ja, da sind so viele jetzt grad tot gegangen. Oh, ich kann stehen bleiben. Oh, ich kann stehen... Ich hab übelst den Dreier. Luck. Oh, Mann, Alter. Könnte endlich mal mehr ausscheiden, bitte. Alter, ob das jetzt alle geschafft haben. Oh, könnte endlich... Ich wollt grad sagen... Wär ich direkt losgelaufen, hätte ich's geschafft. Ne, nicht mehr. Doch. Wenn ich... Ich sag so, hätte ich in die richtige Richtung gestanden, hätte ich's geschafft. Wollen wir die Runde nehmen? Trotzdem heck. Ja, klar. Klar. Ganz ehrlich, wir sind... Max, wir sind die ersten beiden. Ja, klar. Trotzdem fuck's ab. Ja, jedes P-Hop-Spiel gewinnt eigentlich. Na gut, weißt du was? Scheiß drauf. Ich bin jetzt... Wir sind nicht mehr die ersten beiden. Doch. Näh, leider glaub ich, wenn ich ne 2 gewürfelt hab, immer noch auf dem zweiten Platz. Du hast jetzt noch 2 Felderabstand zum Christus 1, 6, 7. Und ich brauch jetzt noch 5 Felder bis zum Ziel. Als ob ich immer noch hier bin, ey. NEIN! Jawoll. Der hat gewonnen, der, der fliegt durch. Ich bin daran aber auch übelst Rashi. Ne, der fliegt durch, sag ich. Fliegt der schon? Eigentlich könnte er jetzt schon hinten sein. Ja, da ist er. Da probiert er. Der kann's aber nicht. Ja, er wurde rausgekickt. Ja, tschau. Ich hab übelst den guten Punkt zum Durchlaufen. Als ob ich da drauf gelaufen bin. Als Oppi, Oppi in dein Mundi. Ich bin nicht einmal gestorben, die waren trotzdem irgendwie sauer. Ich wäre durch gewesen, wenn ich's nicht davon... Ich muss einmal, ich muss einmal sneaken. Ich bin ein Block vorm Ziel, glaub ich. Nice. Ich bin 47 und wie viele... Na doch, ich glaube, ich bin im Ziel, gerade so. Nein. Bitte, bitte, bitte nicht, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Doch! Nein! Punkt, Landung ins Ziel! Oh, Musik ist weg. Hallo Max, wo bist du? Nächste Runde! Okay. Wollen wir noch eine Runde aufnehmen? Wollen wir mal? Glaubst du, da hängt man... Glaubst du, ich sollte eine zweite dranhängen? Hängt eine zweite dran. Special-Tolle. Okay, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Bis gleich! Tschüss! Hey, und willkommen! Ich bin der Torben, also... Ich bin der Torben, also... Wir befinden uns in der zweiten Runde Mario Party. Und zwar spielen wir wieder mit dem Max... Nein, nein, tun wir nicht. Der hat... Der hat uns verlassen. Der ist nur so sein Geist da. Der ist... Der hasst mich. Der ist gegangen. Geht nicht Max an eure Fenster. Guckt nicht hinter dem Vorhang. Nein, natürlich ist er auch dabei. Er hat mich natürlich nicht überall allein gelassen. Er hasst mich natürlich nicht. Oder... Oder doch. Wer weiß. Oh, Max! Ich seh dich! Servus. Nice. Oh, nice. Nice, alter. So, jetzt könnten wir durchlaufen. So ist schön. So ist schön, ja. So würde ich es gerne machen. Ist wieder ein Hacker drin, der schon probiert hochzufliegen? Nö, diesmal nicht. Zum Glück. Ich würde den so hart feiern. So hart flamen, wenn der das macht. Flame, 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 flame. Okay, ich kann direkt... Ich starte direkt dreimal neu. Ich starte im vierten Mal gerade neu, Max. Nein! Willst du mich forschen? Willst du mich forschen? Der war gleichzeitig. Das war eindeutig gleichzeitig. Max. Kami, Kraft und Baum hat hier sind gleich wieder drin. Ins und wieder. Die beiden. Alter, das ist doch so ein... Schhhhhhh. Und ich hab grad... Bitte lag beim Würfeln, bitte lag beim Würfeln, bitte lag beim Würfeln, bitte lag beim Würfeln. Ich hab ne 6. Ja, ne 6. Und? Als! Bitte lag beim Würfeln, bitte lag beim Würfeln, bitte lag beim Würfeln. Ich kann's nicht fassen, da muss ich erstmal saufen. Ähm. Nee, ich kann's echt nicht fassen, dass dir direkt erstmal ne 6 Würfeln. Ich hab ne 6 Würfeln. Hallo! Ich bin auf dem ersten Platz, oh mein Gott, brauch ich nie, brauch ich noch, echt noch nie. Doch, schon. Die letzten 5 sind alle Luigi. Echt jetzt? Party, Christoph, Dave, Dale and Kermit. Können gehen. Oh, bei mir oben Klingelkampfer. Ich muss mal ganz, ganz hoch, bis gleich. Bis gleich gleich. Ich muss mal ganz, ganz hoch, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder nach diesem kleinen Cut. Ach, verdammt. Der Max tötet mich eiskalt. Alter, schon wieder? Schon wieder du? Max, warst das schon wieder du? Ja, dreimal hintereinander jetzt. Ja, durch dich hab ich Holzachs, du hast irgendwie ein bisschen gelegt. Kommt, den noch, kommt, den noch, kommt, den noch. Alter, ob dieser Pixel-Jerry nicht hackt, der hat jetzt 5 mal hintereinander, dann hat mich mit dem Bogen geträumt. Nein, als ob der, ich hatte, ich war an einem dran, der ist nur weggelaufen und ich hatte Holzachs. Ach, verdammte Scheiße. Und ich bin wiedergekommen und du hast mich getötet. Ich hab dich mit der Eisenachs, dann instillt mit dem Tierschirm, dann bist du wieder... Das war aber ein Eisenschaufel, du Depp, und ich hab jetzt eine Eins gewürfelt. Ich hab nur drei, und? Eine Eins, was ist das nächste Feld? Das nächste hab ich. Max, Max, wenn nicht gleich irgendein ordentliche, wenn gleich nicht ordentliches Minischpiel kommt, dann geb ich auf. Ich bin einfach zehn Felder schon hinter dem ersten. Der hat ein Bonusfelder, der Job ist der erste und hat ein Bonusfeld, aber kriegt's nicht. Warum nicht? Ja, das buggt irgendwie. Echt jetzt, oder? Keine Ahnung. Digga, die Abstände hier sind viel zu weit zu den verschiedenen Fragen, finde ich. Weil du kommst einfach nicht hin. Ähm... Ne, 0. Wo ist, wo ist, wo ist? Ne, 0,5. Nein, gar keins. 0,5, sag ich. Sag ich. Du bist so ein Arschloch. Sag das doch früher! Kann ich doch! Ähm... Fäden. Fäden, 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 Fäden. Du hast recht, scheiße! Hä? Okay. Ich wollte ursprünglich auf Federn gehen, aber bin da halt zu Leder rübergegangen. Äh, seit... Und ich schaff das schon... Doch, ich schaff's diesmal sogar. Südhox, ne? Wissen nicht, man da allen Dings in der Tafel rechts. Äh... Äh... Durch'n Schwein. Ach, ich hab's geschafft. Bitte sag das, dass alle wissen. Als ob da welche zum Dorfbewohner gegangen sind. Äh, 14. Das war ein 14, das war ein 14, das war ein 14. Ich komm nicht hin. Ich hab's geschafft. Ich auch noch. Es ist nicht... Oh! Hä, warum waren's eben... Nein, wir dachten kurzzeitig, es wären 14 gewesen. Hühnerreiter. Oh, fuck. Ich bin jetzt immerhin mit 3 in der besten Liste. Ich nicht. Lel, es kann nicht, man, t-t-t-t-t-t. Und... Oh, Max. Die Götter hassen mich. Na, eins. Ja. Zum zweiten Mal hintereinander. Bester Ma-a-a. Ah, 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 da. Da, la. Ah, 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 ah. Und ich bin, ich bin einfach instant. Siebzehnter. Ja! Jetzt bin ich zwanzigster. Ruhi, Block. Kann ich das bitte, kann ich das bitte einfach gewinnen und zwölf Blöcke vorwärts kommen? Bitte Ich seh nicht, bleib stehen Bleib stehen Oh Gott Fos, ich probier den Jump Ich komm zu dir Hallo, hallo, hallo Er kann den Jump dahin schaffen Lass ich probieren Uh Oh War direkt neben dem Arsch, du Vollidiot Ja, ich hab Ich peile das immer nicht Wir hätten nur beide stehen bleiben konnten Oh, ich hab's geschafft, Max Hallo, jetzt stehen wir alle auf diesem scheißroten Feld Bitte lass mich hier bloß weg Digga, jetzt sind viele ausgeschieden, Mann Violett Max, wir sind die letzten drei mit dem Typen Schwab Bist du gestorben oder hast du es überlebt? Ich stand voller Kanone drauf Du bist ein Arschloch Jetzt bin ich eine 6 und eine 4 Okay, ich glaube, ich kann diese Runde vergessen Ich glaube, ich werde sterben Oh ne Nice, ein erster 2 Davon ist ein Pausefeld Puh Alter, die Pausefelder backen aber natürlich nicht rum Jump in the room Oh, danke, dass es nicht das ist Das andere und das mit dem Baumstäben Das kommt Mario aus der Nase, das Jump Ram Ich glaube, ich bin ein Zehnet Lel, ich bin runtergefallen und wurde zurückgesetzt. Hä, sind die alle so schlecht? Er springt halt zurück. Ich komme mit, Worte. Als ob die alles so schlecht waren. Ich hätte ja noch dreimal fehlen können. Easy, perfect. Alles klar. Alles klar. Ich kann dich nicht mehr einhöhlen, Max. Was hast du gewürfelt? Ja. Dann habe ich sogar jetzt einen mehr als du. Einen einzigen! Das waren die Klauselbilder bis zum Ziel. Ich brauche noch 10. Junge, ich bin einfach 90. Ich brauche noch 26. Bitte gib es mir, bitte gib es mir. Kriegst du dich? Das funktioniert nicht. Nein! Nein! Das liebe ich so. Das liebe ich so. Das habe ich bis jetzt zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Ich hasse dieses Spiel. Ich triggere jetzt. Shit, don't. Shit, don't, shit. D, 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 d. D, 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 d. D, 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 d. D, 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 d. D, 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 d. Hallo Powerboy, hallo Pixelcherry. Geht alle, geht alle, geht alle raus. Bitte sterbt einfach alle. Danke. D, 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 d h, d, 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 d. Alter, Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! Oh! Nein, Bogen! Nein, 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 nein! So ein Scheißpiel. Triggern wir uns jetzt gegenseitig so wie die Musik läuft. Chikon! Chikon! Oh, Mauspad, Chikon! Oh, jetzt hilft Dom, Dom, Dom! Oh, jetzt hilft Dom, Dom, Dom! Ja, er gewinnt. Chikiii! Wie ich das einfach hasse! Ich brauche jetzt, denn ich brauche 10. Ich brauche noch eine 22, ne, 26 sogar. Ne 2? Okay! Ich habe eine 6! Oh, mein Gott! Ich kann mich nicht einholen, solange er nicht gewonnen hat. Zeit, wenn ich jetzt in der nächsten Runde 2 meine 4 Würfe winnen. For me. Ich bin wieder 17. Ich brauche noch 20, du brauchst noch 8. Der braucht noch 15. Als ob! Und ich stehe auf dem Bonusfeld, was du letzte Runde auch hattest! Ich bin wieder 18. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich brauche noch einen Brustplatte! Nein, er hat sich nicht gewonnen. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts! Ha, 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 ha! Gönn mich! Komm, ich bitte eine Brustplatte! Wenn ich bin, ich nämlich gehauscht! Weg hier! Weg hier, weg hier, weg, weg, weg! 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 Ich hab ihm ein Double Hit gegeben, komm komm komm, hab ihn. Er gibt mir. Nein, Posen, bitte. Ich wollte ihn nur den Arsch retten. Ich hab anderthalb Herz und nix zu fressen. Geil, ich hab anderthalb Herz und nix zu essen. Ich brauch was zu essen. Hallo? Spiel? Nicht fair. Der hat nix, der hat nix, der hat nix. Doch, der hat was zu down. Wenn ich einfach sieben Kills hab! Ich hatte einfach nix zu essen, hatte anderthalb Herz und das ist so lame von dem Server, dass man nix zu essen bekommt. Man sollte vom Anfang an was zu fressen behaupten. Nein! Nein! Gay as fuck, Alter. Wie ich einfach nur noch Zweiter geworden bin, weil der mich getötet hat. Ich hätte gewonnen, wenn ich einfach nur überlebt hätte noch. Nice. Max, wenn ich einfach nur gewonnen hätte, hätte ich es überlebt. Äh, wenn ich einfach nur überlebt hätte, hätte ich gewonnen. Oh, jetzt kann es richtig interessant werden. Jetzt kommt es darauf an, wie weit ich jetzt bin. Schau mal, wo ich bin! Alter! Das muss ich jetzt schaffen! Ich auch, Alter! Ganz ruhig! Fünf Stimmselter, du kannst einfach nicht gewinnen, egal! Ich hab nur noch zehn! Ja, kann... Ja, okay, du kannst gewinnen, scheiße! Ahaha! Wo muss man hin? Welche Richtung? Ahaha! Wie ich einfach erst da mit in vorne stehe! Nais auf! ALTS AUT! Ahaha! Bitte sag du bist runtergefallen! Ahaha! Bitte sag du bist runtergefallen! NEEEIN! Das ist doch... Das ist... Das ist... Das ist doch nicht wahr! Ja, er ist runtergefallen. Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Sag bitte, du bist runtergefallen. Ja! Das ist doch... Das ist doch nicht wahr! Hä? Easy win, Amina! Komm, du darfst nicht gewinnen. Ja, du kannst aber nur gewinnen. Ja, du gewinnst oder so. Selbst wenn du ne 1 und ne 4 füffelst. Ja. Ich hab ne 4. Du hast gewonnen. Wie kannst du mit 4 und 6 ne 11 haben? Hä? Oh, ich hatte ne 9, sorry. Ja! Ha! Ha! Ich werd nicht geportet. Ich werd... Ich hab gewonnen. Nein, du hast gewonnen. Ich bin 2. geworden. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht. Aber das war richtig spannend nochmal am Ende, oder? Das war richtig knapp am Ende, oder? Hm? Na gut, ich würd mal sagen, Leute... Ähm... Wenn jetzt mal... Ah, geht doch. Ich würd mal sagen, Leute, wir seh... Oh, vergang. Ich will jetzt nichts laufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin... Macht's gut. Macht's gut. Haut rein. Und bis dann... Auch. Ach du... recht...